Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Die Harry Potter Legacy Challenge. Hier stinkt es schon wieder im Kühlschrank. Bubbly, du mal hier das verdorbene Essen rausrollen. Ja, dann kannst du hier mal Teile plündern und hier aufwischen. So, die Eltern sind noch dabei, ihr Hobbys zu frönen und ihr... Na ja, Ruf ein bisschen aufzupolieren. Und das macht man jetzt so, ne? So, die Müll räumen wir dann auch bitte mal weg, der Herr. Mutti, mach dann gleich Frühstück. Geh dann gleich los mit dem Frühstück. So, da die im Gesicht. Hast du Pickel auf der Nase? Tatsache. Schnuggi-Pups. Gesundheit. Skincare. Daily. Oh, okay. Na gut, dann zocken runter. Ja, ist okay. Können wir auch machen. Mit ihr, Nierisch. Oh, hier, jetzt stellt ein Kind auf. Und dieses Kind muss auf Toilette. Sollte sich mal duschen. Und sollte mal die Zähne putzen. Ja, bitte. Bei dir brennt's. Na, einwandfrei. Was ist denn das eigentlich mit dem Mist hier? Der hat doch schon Hausaufgaben. Das sind falsche Hausaufgaben. Wartet mal. Man muss weg. Hausaufgaben weg. Die will doch keiner. Das sind die unsere. So. Kaum ist der Laptop da, ne? Zockt der Alte. Deine Häuser stürzen ein. So, dann kannst du dann was zum Frühstück essen. Mutti will noch nicht essen. Okay, das ist auch in Ordnung. Dann tust du jetzt deinen Videobestand anziehen. Das haben wir noch gar nicht hochgeladen. Schön. Schön. Mua. 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 Oh, liebe. Guten Morgen. Sonnschein. Nein, du gehst bitte erst mal aufs Töpfchen. Du lässt den schlafen. Oh. Yes. So, was ist jetzt mit dir? Okay. Haben wir heute ein Video hochgeladen. Dann kannst du noch ein Bild malen. Wir machen ein Kla... Was? Ein klassisches Gemälde. Gesundheit. So, dann darfst du auch was essen, mein kleiner Schatz. Level 3. Juhu. Sehr schön. Es wurzt. Nein, kannst du nicht. Hau ab. So. Bist du gerade inspiriert? Du bist gerade inspiriert. Du kannst das dann mal aufräumen. Und tust ein neues Bild malen. Zeichnen. Schnell. Formen. Neues Bestreben wählen. Nö. Hallo. Oh, guck mal. Hier ist aufgestanden. Dann gehst du auch bitte erst mal auf Toilette. Dich duschen. Zähnchen polieren. Frühstücken. Der schläft noch. Ist in Ordnung. So, Pappeli. Ja, du kannst mal aufräumen. Dann kannst du mal ein bisschen spielen. Und das auch. Das wäre natürlich ein Tier. So, Mutti ist fertig. Dann kannst du mal bitte einen Sammler verkaufen. Komm, mach her. Und dann geht's Nächster. Ich möchte gerne, dass du schreiben tust. Ein Kinderbuch. Gesundheit. Oh, der muss ganz dringend pullern. Ja. Hoffentlich ist die fertig, bis du kommst. Ich glaube, die muss man unterbrechen. Damit er aufs Klo kann. So, was mache ich denn jetzt mit dir? Du willst... Achso, da müssen wir kurz warten. Das können wir aber gleich machen. Hab ich jetzt eigentlich schon... Ne, wir brauchen noch einen Durchbruch. Also, tu mal hier spielen. Beweile. Hä, warum? Naja. So, wenn du fertig bist auf Toilette. I don't want anyone feel like a loser. Okay. Darfst du frühstücken? Ja, ist doch in Ordnung. Darfst du machen. So, die Pappeli. Tut mal bitte... Alessia baden. Jetzt? Wo willst du hin? Du hast wohl ein Vorrück. Du kriegst wieder Hausarrest. Lass das. Du bist immer noch sehr inspiriert. Dann tust du hier bitte aufräumen. Mama, gleich noch Ruhe. Gleich noch das Nächste machen. Und noch Zeichen. Schnell, 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 schnell. Oh ja, oh ja. Es gab ein bisschen Geld. Ist das dein fucking Ernst? Fräulein? Angsthaft? Wer soll denn die Scheiße wieder sauber machen? So, jetzt räumst du das wieder auf. Fräulein. Und dann kannst du hier im Schnee spielen, ne? Kannst du nicht? Es liegt nicht genug Schnee. Dann tust du das mal bitte weglegen. Ne, tust du jetzt nicht. Weiterschreiben. Weiterschreiben. Du klingelst schon wieder. Oh, die Welt. Nein. Nein. Ah, Mist, das zählt jetzt nicht rein. Ist das Kacke. Du klingelst. Oh, Schnauze. Sehr schön, Kind, die ist sauber. Oh. Oh. So, meine kleine Püppi. Du könntest ja mal hier sprechen. Okay, kannst du machen. Litt immer noch nicht genug Schnee? Doch, jetzt liegt genug Schnee. Schnee! Schnee! Dem und dem. Los! Dann kannst du mal bitte den Müll, den ein Kind hier hingeschmissen hat, wegräumen. Teile plintern? Das geht. Hä? Kind darfst du mal beschäftigen gehen. Hast du mal elektrische Teile dabei? Oh. Wegwerfen. Oh. So. Jetzt muss ich mal überlegen, was könnte ich denn mit dem jetzt noch machen? Folgen, Nachricht aktivieren. Hm. Der braucht noch einen Durchbruch, also muss er noch was lesen. Lesen? Ähm. Das. Was macht... Was ist denn mit dir? Bist du fertig? Du kannst ja hier mal mit deinem... Kind. Kind. Mehr. Freundlich. Ähm. Spielen. Umgefallen? Daneben. 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 Gesundheit! BÄÄM! sehr schön mutti was machst du muss man auf klub und dann könnte mutti mal zähne putzen und duschen gehen das macht der vorder der liest noch hat er jetzt mal noch in durchbruch so muttern ich bitte dich wieso kann ich mit dem kind schimpfen weil das nicht sein kind ist ja mach was du willst das ist nicht sein kind deswegen kann der wahrscheinlich nicht schimpfen angeschrien du machst das aufräumen und du ja das kannst du machen ich bin nur gebeugt wolltest du nicht selbst okay dann willst du das halt doch nicht machen dann mal weiterlesen bitte so du kannst jetzt mal mittagessen kochen was gibt es heute heute gibt's goblachnudeln das ist gut goblachnudeln geht immer die haben auch keinen Bock mehr das ist in Ordnung wo ist denn los kannst du dem kind eigentlich mitspielen wenn du jetzt hier so ja endlich so warte mal oder fühlt sich krank du könntest dein vorder ja mal bitten warte mal das müsste doch irgendwo funktionieren oder oder geht das bloß hier rüber kannst du das na aber du sollst dem anderen kind was vorlesen weil die wollen das ja warte mal warte mal warte Was will der machen? Diese Transition dreht sich um ausgelassenen Späße. Es wird Zeit, einige Streicher auszuzähigen. Das kann ich auch bei dem machen, oder? Unfug. Für Minuten. So, was ist das für ein falscher Fleck? Jetzt ging der Herd kaputt. Du weißt auch, dass dein Vater hier steht. Oh, ist das nervig. Dann tust du den jetzt reparieren. So, und du kannst ja mal... Geht das hier hoch? Unfug? Toilettenstreich. So. Das wirst du ja wohl hinkriegen. So, wenn die was gegessen hat. Kann die dann erstmal das Buch noch fertig schreiben? Hm? So, Teile bündern. Oh. Kannst du noch mehr Streicher machen? Nö. Ähm, dann räumst du den Müller bitte weg. Kannst du jetzt hier was verbessern? Nein, noch nicht. Och, männisch. So, dann geh doch mal auf Toilette. Hö, 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 hö. Oh, guck mal was hier noch rumliegt. Reparieren. 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 So, weißt du was du machen könntest? Pass mal auf. Du könntest eigentlich mal zu deinem Bruder gehen? Unfug. Und Fug. So, kriegt ihr das jetzt hin, ihr zwei? Kriegt ihr das hin? Hihi. Sehr schön. So muss das. So, ihr Lieben. Es ist schon wieder soweit. Die Zeit ist schon wieder um. Ich verabschiede mich für heute von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von die Sims 4, die Harry Potter Legacy Challenge. Bis dahin. Ciao.